Anliege Schwester, also ihr seht hier jetzt auf der Seite, das ist eine Gemeindesuchmaschine und hier kann man alle Arten von Gemeinden finden, welche euch interessieren und welche euch persönlich zu sagt. Hier kann man jetzt die Postleitzahl eingeben, die lassen sich so stehen und den Umkreis kann man auch auswählen, wie weit ihr fahren möchtet. Dann kann man hier, sind aufgelistet, die Arten von Gemeinden und das finde ich ganz praktisch. Ich werde euch das Ganze auch verlinken unter der Videobeschreibung und wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr gerne auf den Zug kommen. Einfach eine E-Mail schreiben, steht unter der Videobeschreibung oder in den Kommentaren schreiben. Immer ein Arten von euch, damit ihr immer auf den Ordnen bleiben bleibt und einen Daumen rum, wenn wir uns freuen. Wir wünschen euch jetzt dem Frieden im Herrn Jesus und alles Liebe. Tschüss.